Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey! Yes! Ähm, ich hab mir kurz Gedanken gemacht, weil ich überlegt hab, hm, wie mach ich am besten jetzt weiter, weil das nicht funktioniert hat. Und ich bin doof. Jetzt ist doch Licht da. Heißt, Hubus muss sich nicht mehr aufs Telefonat verlassen. Du kannst einfach durchgehen. Oder? Ha, das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann den Dunkeln sehen. Autsch! Hahaha! Trotzdem! Da ist eine Flasche. Hey! Da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Brrrr, doch nur ein Käfer! Hahaha! Und ein Hebel. Der Weichenhebel. Abmontiert und weggeworfen. Es war wohl der letzte Wille des Gleisarbeiters, dass das Minebike nie wieder fährt. Tja, da hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Vielleicht ist er einfach abgerissen beim Vorbeifahren. Sehr schön. Zurück, zurück. Ach, wir gehen mal zurück. So. Und dann nützen wir den Hebel. Gut, gut, wir kommen voran. Ich stelle die Weiche. Genau, da wollen wir auch hin. Ins Minebike. Los! Und losfahren! Auf zu Goal! Nein, nicht absteigen! Böses Minebike! Losfahren! Ach so, wenn wir Goal aufladen, sind wir auch schwerer. Dann sind wir auch schwer genug. Aha! Sehr schön. So, erst zum Kran. Das wird ein Kinderspiel. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Äh. Ah. Mist. Ah, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Okay, dann gehen wir zu Doc. Hm, okay. Hat er vielleicht irgendwelche guten Tipps für uns? Noch mehr Tipps? Die ich wieder aufschreiben muss? Hallo! Hm? Wo? Hm. Ich hab immer hier. Da. Hätte gern, aber da da. Nichts, was ich nicht sehe. Selbst die Ei... Ups, selbst nicht gelingen. Mach das oberste. Da. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrass ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte. Ich mach's dir vor. Das ist Doc, Schrotthändler, Bastler, noch schlafen. Dann fixiere ihn. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Ähm... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Na nu? Eben stand er doch noch da. Ja? Und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Huh? Wie ist er denn da hingekommen? Schade. Also entweder hast du ihn eingesteckt... ...oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey! Ich hab keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Okay, machen wir mal was zu sagen. Hallo! Hm? Wo? Ich hab immer... Äh? Aber na klar, leg einfach etwa! Lass ihn einfach auf dich wirken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du schrottes Schnacker! Was ist das denn? Was ist das denn? Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann... Schließlich... Äh... Auf jeden Fall musste der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich... Bin... Ein... Fluss! Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay, das war sehr irritierend. Mal suchen wir mal was er gerade gesagt hat. Also setzen uns hin. Also zu allererstes müssen wir... Was haben wir abgefüllt? Gefüllte Flasche. So viel, weil noch ein klein Flachmann dreht ist. Klar. So, wir haben also gesehen gehabt. Zuerst brauchen wir... Sitz. Man soll keine Sachen, auch wenn man vorhat zu drehen. Aha, ich habe eine kleine Idee. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Jetzt haben wir ein Bein im Rücken. Sollen wir Punkt fixieren. Bein hinter dem Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Ich bin ein... 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 Mumpi! Mumpi! Ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mullup! Vielleicht war das doch nicht richtig. Dann nochmal! Ein hinterm Korridor. Ich bin ein... 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 Mumpi! Mumpi! Und nun? Aha! Jetzt noch trinken. Ich glaube es funktioniert. Zumindest meine Pfumme ist schon ganz cool. Auf dich! Toller Jahrgang! Nein! Und jetzt holen wir Gold! Dieses Mal... Ich war am besten... Na gut! Hä? Wir haben alles gemacht! Warum geht es nicht los? Jetzt aber! Oh... Oh Fuss! Yes! Hause! Oh Fuss! Oh Fuss! Oh Fuss! Oh Fuss! Yeah! Oh Fuss! Oh Fuss! Sehr schön! Und wir haben den Alkohol sogar noch! Sie liegt sicher genug. Es kann losgehen! Festhalten Schätzchen! Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen! Okay Los, steig aufs Minebike Er muss natürlich außen rumlaufen Und einsteigen Und los geht's Losfahren Ne, nicht absteigen Nicht absteigen Doch, ist mein Bike Ich steig ab und wieder auf und schon ist alles richtig Wenigstens fällst du dich runter Und hochfahren Ich hab Angst Was ist, wenn ich Okay Wo geht's denn los Wenn ich den Gamehebel betätige Dreht also die Pfeile mal einmal um Okay Müsste immer wissen, wo es losgeht Wahrscheinlich geht es Wohllos Vielleicht ganz oben links Wir müssen Irgendwie runter Und dann ganz ganz unten Ach ne, wir fangen wahrscheinlich irgendwo anders an P1 und P2 Machen wir erst mal Das geht auf jeden Fall so nicht Jetzt da runter Also ich geh jetzt gerade den gelben Weg von oben links Einfach so weiter Dann gehen wir runter Aus dem grünen Ein bisschen Ach, damit geht's nur hoch und Nach links Also kommen wir von unten noch Und da Schlecht ihn da runter Dann muss der gelbe doch nicht Also gehen wir jetzt hier lang Hier lang Und den roten betätigen Ne, das geht nicht Dann muss der gelbe runter So Dann kommen wir hier an Dann gehen wir grün Dann kann der gelbe Der gelbe muss so bleiben Ich versuch's einfach mal Oben links fang ich an Okay, dann da lang Da lang Ja 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 Wo muss ich hin? Äh Nein Nein Jetzt fang ich wieder zurück Das scheint mir nicht richtig gewesen zu sein Obwohl ich hier mit Front gekommen bin Aber das war nicht ganz richtig, glaube ich So, also da runter Vielleicht muss ich beim gelben ja runter Dann muss ich den grünen Kann ich immer umschalten Einfach am gelben runter Ich versuch's einfach mal Okay Ja Okay Dann komm ich also da lang Und dann bin ich wieder oben Und dann bin ich falsch Sind doch alle wieder jetzt wie vorher Ich den roten jetzt bewege Ich versuch's nochmal War ich da lang? Ja Ja War ich da im Kreis? Ja Ja Das sieht sehr gut aus Wie hier Nimm's zurück Es sieht nicht perfekt aus Aber fast Ich muss entweder gelb oder grün jetzt umstellen Was ist das hier eigentlich? Oh man, was ist das denn? Achso, dann werden die Hebel, die ich Den wird, also die Farbe Bei dem Da wurde ich im Schalt Wahrscheinlich wird dann umgestellt Wenn ich über diese Plattform fahre Ich muss noch einmal sehen Ab wo es falsch läuft Also einmal wieder auf anfangen Und nochmal fahren Das läuft alles noch gut Wenn dann war kein Schalt darüber War ich jetzt hier über den grün Und dann jetzt wurde alles umgestellt Ich muss aber an dem Punkt Muss es rot sein Glaube ich Also mache ich jetzt erstmal P2 muss auf rot P1 meine ich Versuchen wir es nochmal Am ersten Versuch Sagst du nun Schätzchen? Nebe 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 Lohnschaft Weichenstellenmeister Wirklich der Größte Wie wahr, wie wahr Aber wenn dir das schon gefallen hat Dann pass mal auf Schau mal Die Gleise sind noch ganz warm Was? Hast du etwa schon eins Von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Ähm, nein Mein Bart so nah Schlägt Alarm Sie müssen ganz in der Nähe sein Dann schicke ich mal schnell Ein Helmfax an den Amtmann Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal Mein Schulterseismograph schlägt aus Stimmt Ich messe auch etwas Ähm, die Jungs Seltsam Laut meinem Schuhsohlenbarometer Ist der Bodenrock unverändert Mein Sockenspektrometer rechnet noch Jungs Es kann schon mal kein Erdbeben sein Warte Mein Kniescheibenultraschall Registriert seltsame Laute von Haha Ja, hat er auch gesagt Da dann, genau So, und dann ist es hier Dann ist es ungefähr eine Kurve Und als ich da auf den Schalter gekommen bin Wurde alles falsch geschaltet Ich brauchte nämlich noch eine Genau, einen roten Weg jetzt Und da dann Und dann sind wir da Sehr schön Sehr schön Hat alles geklappt Hey, ich lebe noch So schnell kriegt man mich nicht klein Und was für ein Ausblick Die untere Aufstiegsstation Ich habe es mal wieder geschafft Siehst du das? Ich habe es Upsi Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen Wo du es gemütlicher hast Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus Nur noch bergab Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten Geschrieben stand, die hier im folgenden fehlen Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen Von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen Ist ja eh nicht der Punkt Denn schließlich war's ihm gelungen Sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen Und das ohne auf Lohn zu bestehen Von der Belohnung mal abgesehen Doch jetzt heißt es Hussar auf gutes Gelingen Hussar auf gutes Gelingen Hier liegst du erst einmal sicher Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen Ach Dieser Cletus ist ein echter Glückspilz Ich hoffe er hält sein Versprechen So Und jetzt heißt es warten Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms Von da aus hätte ich den perfekten Überblick Ja, das denke ich auch Oh, neues Unscharf Hussar auf gutes Gelingen Ja gut, immer wegen dem Lied wahrscheinlich Okay Damit will ich aber sagen Wir haben gut was geschafft Nächste Folge suchen wir nach Cletus Ich hoffe es hat euch gefallen Mit dieser Folge und mit dieser Aufnahme-Session Und wir sehen uns nächstes Mal wieder weiter Wenn es heißt Let's play the Pony Also Komplett Journey Bis dann Leute Bis dann Bis zum nächsten Mal.